Ja, nun ist das Jahr 2021 zu Ende. Wir sehen noch einmal die schöne Weihnachtsbeleuchtung. Nun gehen wir ins Jahr 2022. Und ich zeige euch noch die Reste der Rattenflage, die dieses Jahr besonders schlimm war. Der Schuppen neben dem Haus. Hier ist die große Rattenfalle. Da sind die beiden kleinen Mäusefallen. Einmal gegen Mäuse und einmal gegen Ratten. Und da sind die Köder, die blauen Rattenköder. Aber da die restlichen noch vorhanden sind, ist es ein Zeichen, dass die anderen alles aufgefressen haben und zum Glück alle weg sind. Nun können wir hoffen, dass das Jahr 2022 besser wird als 2021. BS-jähr 25 4 7 8 7 8 8 1 Vielen Dank.